Die Bundesregierung kürzt die Mittel für die Ukraine-Hilfe und behauptet, die Unterstützung werde trotzdem nicht reduziert. Blicken Sie da durch. Nun, wir wissen, dass Anfang September die Wahl ist in, ich glaube, drei Ländern in Ostdeutschland. Und in Sachsen, glaube ich, ist die FDP chancenlos, über die 5%-Titel zu kommen. Und in der letzten Umfrage haben SPD und Grüne 5%. Das heißt, es ist möglich, dass keine der drei Ampelparteien im Sächsischen Landtag ist, nach der Landtagswahl. Die sind voller Panik. Das kann sich nach den Wahlen ändern. Und wenn es zu so einem Debakel kommt, dann bleibt den Parteien eigentlich kaum eine andere Wahl, als die Koalition zu sprengen. Wäre meine Erwartung. Denn wenn die FDP in der Bundeskoalition bleibt, dann wäre es Schlauste, wenn sie ihr Parteivermögen beim Buchmacher darauf setzt, dass sie selbst nicht in den Bundestag kommt. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir die FDP wieder im Bundestag sehen werden, wenn sie die Ampelkoalition durchzieht. Also werden die aus reinem Selbsterhalt die Koalition sprengen müssen. Und dann werden die Karten neu gemischt. Also ich würde mir jetzt nicht zu große Sorgen machen, dass die Erklärungen der Bundesregierung Makulatur sind, wissen wir alle. Die G7 übernehmen das dann. Wenn das jeder macht, dann wo kommt dann das Geld her? So viel kann man über die G7 auch nicht auftreiben. Denn sollen es alle anderen Staaten auch machen. Ich würde davon ausgehen, dass die, dass die, dass nach den Septemberwahlen, ich bekomme es hier, Sachsen und Thüringen am 1. September 22. Als Brandenburg, nach den drei Wahlen würde ich eine hohe Chance sehen, dass die Bundesregierung zerfällt. Und dann werden schlicht die Karten neu gemischt. So ähnlich die Erklärungen jetzt sind so ähnlich wertvoll, wie das der Bundeskanzler sagt. Ich erhöhe den Verteidigungsbudget nicht, das Verteidigungsbudget nicht, weil wir haben ja noch das Sondervermögen. Aber 2028 wird die Bundesregierung 2 Prozent einhalten, auch wenn es 70 oder 80 Milliarden sind. Er weiß sowieso, dass er dann nicht mehr Kanzler ist nach der jetzigen Situation. Also das ist, da sollten wir nicht zu sehr in Dramatik verfallen. Das Gute ist bereits versprochen, es wird geliefert. Das heißt, anders als in den USA ist es dann nicht so, dass, dass es zunehmend mehr Probleme kommt, wobei es auch dort zum Teil auch auf Biden zurückzuführen war, dass er bestehende Mittel nicht genutzt hat aus politischen Gründen. Das, was versprochen wurde, wird weitergehen und jetzt wird es halt drei Monate keine Versprechen geben. Danach geht es weiter und wenn dann zum Beispiel eine Koalition kommt mit der Union in der Regierung, dann könnte man davon ausgehen, dass vielleicht sogar der Taurus kommt. Also ich würde jetzt nicht zu, das nicht zu dramatisch für den Moment sehen. Das Ganze kann sogar gut für die Ukraine enden. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist, Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung.